Willkommen zurück, wir machen noch mal einen Run, wieder random, was wir bekommen. Lazarus. Lazarus. Heißt, wir sterben jetzt hier direkt. Ein bisschen stärker zu werden, ich glaube jetzt haben wir 2, 3 Damage danach, 3. Und da sind wir wieder. Haben wir 3? Äh, 2, ja, wir sind ein bisschen stärker, glaube ich. Und dann hat diese, haben wir da irgendein Item? Das ist aber total super plat, ne? So, dann geht's los. Wir haben halt nur noch 1 HP jetzt, was recht schlecht ist. Und das sollte man so lange spielen, dass man zumindest ein blaues Herz findet, um das dann aufzufüllen. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe einfach, dass wir das jetzt von einem blauen Herz raus, Herz meister. Oh, oh. Komm schon. Was ist denn das eigentlich gleich für einen Raum hier? Muss ich da oben drankommen, nach einem halben Herzen oder was? Ich rede doch ein bisschen schlägt zu. Allein, du isst. Jetzt gleich, dann brauche ich auch mal zu haben. Der dahinten spuckt fröhlich vor sich hin, ne? Ja, klar. Muss er was für geben. Da gibt's dann mal was für. Meine Güte. Oh, oh. Trocken werden tot. Oh. Wir hätten nochmal. Sollen wir uns mal was Schönes aus. Fuck, oh nee. Nein. Nein. Telepills. Speed up. Speed up. Oh, okay. Oh, okay. Klar. Good. Mein Leben gerne. Oh, je. Mal was noch ein Fick gerne. So und bitte was Gutes jetzt hier drin. Und? Und? Ich denke, sie sind ganz sicher. Sie sehen, sie haben die ganze Zeit. Und? 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 Das hier brennen die manchmal mehr? Nötig. Nötig. Sehrig. Nur kackig sein. Oh Crap. Ganz auf Range treffen. Irgendwann noch ein Herzchen, das kann ich mir holen, glaube ich. Ich muss jetzt echt mal gucken, ob da ein Blaues drin ist. Ja, da ist ein Blaues. Brauche ich irgendwoher noch zwei Münzen? Das kann ich jetzt mal da unten gucken. Das ist auf jeden Fall gut, das gibt Münzen. Da kann ich schon mal zwei sprengen. Die bekomme ich jetzt noch Herzchen. Ja, da muss ich erstmal Infos machen jetzt. Kein Wert. Dann da hinten reingeben, sterben, nochmal machen. Oh nein, das ist nett. Oh nein, das ist nett. Jetzt will ich keinen Devil oder Angel geben. Du, das muss mich so überholen sind. Da muss ich da hinten ja gar nicht rein. Hm, richtig. Danke. Oh, den Schaden kriege ich ja genau, kriege ich ja Münzen. Die muss ich jetzt nehmen. Kann ich mir nämlich hier noch das Herzchen holen. Und mit der nächsten Ebene. Dann hoffen, dass ich eigentlich mal Bescheid spiele und keinen Schaden nennen. Komm. Auf geht's. Was? Nein, das ist schon mal wichtig. Nein. Jetzt schnellstmöglich zum Boss. Dann mach ich. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Fuck. Oh, das war eng. Was machst du denn? Du Scheiße. So, Luck-Up haben wir bekommen. Gut. Noch alles im Rahmen. Ja, natürlich. Machen wir nochmal. Der schläft die ganze Zeit spinnen. Genau. Natürlich. Ja, jetzt hab ich mir gezogen. Wie geht's mit mir jetzt. Wie geht's? Wie geht's mit mir? Das ist immer nochmal schön. Wie geht's mit mir. So, wie geht's mit mir. Dann geht's mit mir. Wie geht's mit mir? Ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder... Wir können hier auch noch mal wieder. Ja, ich kann was richtig? Das war geil. Dann machen wir das hier nochmal. Schade. Wäre zu schön gewesen. Da oben das können wir uns auch noch holen. Das war so ein bisschen. Das war so schön. Wir müssen die hier totbringen. Dann ist es egal. Dann mal das Birgo zuschneiden. Guck mal die Ecken. Das ist ein schöner Raum. Das habt ihr auch noch nie gesehen. Und schwarzes Merz. Oh Mann, ich bin da jetzt so blöd. Das ist doch eh Platz. Oh Mann, ich bin ziemlich nah hier gerade. Das ist eine XL-Ebene oder so. Da habe ich einfach nur Pech. Das war nicht so unnötig. Nein, erst im Raum. Besser. Da kommt. Das ist der间ere Schauber. Das war nicht Public. Das war nicht sogar ein Dämbar. Das war nicht so. Ich will mir die wesentlich lieber, die nachlaufen, ne? Vielleicht die Dice, ja, klar, nehm ich den. Das ist auch so ne blaue Pille. Das ist auch ne blaue Pille. Super, ich weiß dann halt beim Boss. So. Haben wir hier. Technology 2 ist super. Nur ein Schaden, ne? Aber, ich mag Technology 2. So, jetzt können wir auch zum Boss gehen. Oh, geht der da an. Guckt der das an. Wer hier rüber. Oh, jetzt bitte Krampus. Und die, äh, Dings, ne? Oh, jetzt bitte Krampus. Und die, äh, Dings. Das Dead's Key. Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Einen kleinen Moment bitte. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist, ähm, nur das, was mir Lack abgibt. Nein, das ist es nicht. Leider. Na dann das hier natürlich. Amtus ist schon mal. Amtus ist schon mal. Ja. Ganz wichtig. So, dann haben wir ja alles, ne? Dann geht's weiter. Kein Devil Deal genommen. Vierte Ebene, immer noch kein Angel Deal. Spannend. Blazer aufgenommen. Auf so'n Ding. Wuss. 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 Und Bett ist kaputt. Und das für'n Raum. Wuss. Oh, Speedrun is able to hide. Bewezen. Ich schieße mir noch kurz dazu. Schon mal ganz wichtig. Oh. 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 P워! Der nehm ich mit. Der Lone Legs ist super. Der Lone Legs ist super. Na, kommt er schon wieder weg. Den mag ich. So. Ah. Da ist ja ein Loch gewesen hier. Hier. Mist. So. Scheiße auf den Kompass. Ganz ehrlich, ich mag eher was machen. Wieder nicht auf Speed gehen. Scheiße auf den Kompass. Und? Alles. Nein, ich habe jetzt nicht halb meine zwei Bomben mal. Das ist halt Damage Ups ohne Ende. Irgendwie im Ancient-Deal. Keine Ahnung. Ach so. Brauchst halt auch nicht zum Mega-Satan zu gehen. Egal was ist. Ah, ich muss mal denken, wir haben ja hier Kohle, ne? Kompus-Kohle. So, und das, äh, Dings gibt's. Dann legen wir hier mal ein Böhmchen. Und hier mal ein Böhmchen. Dann gehen wir zum Boss. Hm, ja. Dann gehen wir zum Boss. Die Birdies, mate. Das ist dieser Spawn-Gardy, ne? Das macht ja keine Böhmchen. Das ist schon hier, ne? So, Angel-Deal. Das nehmen wir aber. Ich brauche keine AP ab. Ich will Damage ab. Aber das ist ein Evil-Up, oder? Egal. Na, das ist nur Damage-Up. Kein Evil-Up. Gut. Gut, gut, gut. Sehr schön. Was machen wir jetzt? Zwei Striche. Ja, immerhin. So, lass mir auch lieber als das andere. Was ist der denn da, wo ich so komme? Okay. Nein. Wird der die Ski drin sein? Na, ich will das noch machen. Das ist Lucky. Nee, ich brauche Kohle. Weil ich jetzt nicht mehr getroffen werde, ist das hier auch für den Arsch. Und? Ja, aber. Der war nicht so insane. Trinken? Hat ich schon ewig nimmer gehabt. Uh, das war Glück. Okay, in einem Sack, eine Münze und eine Bombe. Freddy Longlegs hat zugeschlagen. Ich finde, den guten Mann zernichtet. Ist der vierter da rüber gelaufen? Boah. Weg, 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 weg. Ich muss es machen. So, noch ein schwarzer, bitte. Nein. Die müssen jetzt auch rein. Nehmen wir mal einfach. Broken Watch. Ah, da werden die auch schneller manchmal, ne? Das ist schon Debs 1 wieder. Ich habe noch kein Angel viel gesehen. Das ist eine verrückte Welt. Echt? Im Moment, also. War das nett, aber ich bin mal. Noch so ein Teil. Na gut, ich habe jetzt kein... Lemon Party. War ne Bombe. Oh, hallo? Da ist die Bombe. Jetzt gucken wir erstmal noch, was hier noch ist. Hier wird nicht mehr so viel sein. Oh, hier geht es noch ein Stückchen weiter. Meine Güte. Ach so, der Boss kommt ja noch, ne? Nein, das lege ich aber erst da hinten hin. Gucken, was es da gibt. Wenn es natürlich der Schwarzmarkt ist, muss ich zuerst zum Boss, weil da kann ich ja noch irgendwie welches Bicher dann mit meinen zwei Böhm schon kaputt machen. Ah, das war da oben. Mann, Mann, Mann. Das ist viel zu komplex hier alles. Ah, das ist einfach nur eine Leiter in die nächste Ebene, aber ich brauche ja... ...ein Angel-Deal. Der jetzt hoffentlich mal kommt. ...ein Angel-Deal natürlich. Eish, he's not enough. Oh, der ist da langsam. Das ist so nett. Oh, dann springt der aber auch nicht so weit. I think. Ist ja cool. Jetzt aber. Warum? Giescher. Nein. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Schließen. Wegen des Pentagramms. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. sehr klar das machen Ich habe auch nur eine Bombe, das kann ich es mir jetzt gar nicht leisten, irgendwas zu sprengen. Oh ne, komm, 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 komm. Hm, das wäre natürlich auch ne Duck-Tropen-off-Karten, ne, wenn ich mir diesen Sack-Sack-Head hole. Ja gut, mal gucken, was dann passiert. Okay, hier geht es zum Boss, da will ich noch nichts hin. Ich habe kein Itemraum gefunden. Kohle brauche ich auch noch vier Stück. Woaah... 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 Judgment. Ja, dann gehen wir mal zum Boss. Natürlich kann es immer noch sein, dass jetzt wieder ein Devil-Deal kommt, dann haben wir trotzdem wieder ausgeschissen. Ja, dann gehen wir mal an. Das war's für heute. Was ist das überhaupt des Wahnsinns? Warum? Wie das nicht. Was habe ich denn aufgenommen? Einziges, was jetzt schlecht sein könnte, das Pentagramm. Da stand nichts mit Evil ab. Das zählt doch eigentlich nur alles, was Evil abmacht. Und ich habe keinen Devil-Deal aufgenommen. Naja, wir haben ja noch zwei Möglichkeiten. Joker-Cardum ist uns eingesetzt. Gut, wir haben den Devil-Deal jetzt wieder ausgelassen. Das heißt, es kommt möglicherweise eher ein Angel-Deal. Was haben wir denn? Das ist ein Raum. Kannst du ja gar nicht schaffen, um den Schaden zu bekommen. Riskier's. Nein. Oh, wenn wir da, können wir spenden. Auch gut für den Angel-Deal. Das gehört... Oh, das sind noch zwei Bomben. Der klassische Angel-Deal-Sound. Hier geht's noch weiter. Rechts abgefarmt. Dann nach oben. Und wir denken hier weiter weg, umso mehr Schaden. Oh, das ist ganz wichtig. Das ist immer heftig. Okay. Weiß auch nichts. Dann nach links. Nochmal so ein Bettler. Wenn man nicht wegspüren. Gut. Nehmen wir das Sicherheitsverläufe weg. Okay. 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 Nix. Okay. Boah. Nein. Wir sind die Viehchen wohl denn noch kommen hier. Oh, je. Wir müssen eigentlich zuerst jetzt wollen wir den Boss machen, ne? Ja, komm. Oh, nö. Das ist ja noch in Ordnung. Ich kann ja nix anderes machen. Wenn der Bingerspuck ist, ist alles gut. Man kann ja nicht gar nicht retten. Gehen wir den? Das soll nicht wahr sein. Nein. Ich bin keine Angel. Äh, Devil Deals. Wahnsinn. Jetzt können wir uns da ins Wetten. Wetten? Und wie geht das jetzt weiter? Gehen die irgendwann wieder zu? Steht die nämlich nicht. Die Kisten. Müsst ihr eine Bombe dranlegen oder so? Dann geht sie wieder zu. Steht die Kisten. Was bringt mir das jetzt? Muss ich die rausschieben? Da war jetzt nix drin. Muss ich mit der machen? Kann ich die zuschießen? Ich kann nix damit machen. Keine Ahnung. Ja. Er kommt. Gut. Gut. Hier und ist dicht. Eng. The Sun. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das Ganze jetzt noch alles ist. Okay. Hier ist ein... Der Heimraum. Der uns eine blaue... Speed up. Hm. Da ist der Boss da oben. Guck mal. Da können wir noch zwei Dinger skippen. Nein. Wir nicht. Das mache ich natürlich auch. Ich mache auch kein Spaceball. Das mache ich natürlich auch. So. Okay. Das ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. Mann, aber ich bin für diese Broken Watch. Das muss ich nur mit dem Laser in Acht nehmen. Das bleibt jetzt lange. Oh. Schon wieder keiner. Das ist doch das Wahnsinn. Jetzt wird er das gleiche Spiel machen wie im letzten Run. Und einfach hoffen, dass der Ski droppt. Balls of Steel. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das war. Das muss ich machen. Was soll es? Die braucht nicht so. Wir haben ja eigentlich schon ganz good chance. Auf range. Ja, vielleicht haben wir Klug. Ahem. hat alles aufgeklickt abzukehren ja ja ich bin mir nicht jetzt hat die penny Was ist das? Gar nichts. Dann wird es. wenn es noch die menschen maschinen das ein bisschen was spenden kann jetzt auch gar nichts glück das einzige glück so ich muss jetzt hier noch mal kisten suchen und offen dass da irgendwas drin ist aber die können auch nur geld drin haben glaube ich noch mehr schlüssel da war noch was das war's falsch hier 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 kotzen ist das schlimm jetzt letzte chance hier 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 Oh yeah. Oh, das ist toll. Oh mein Gott. 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 Ah, ich will mir ein Kiss-Tunners. Es ist ein Herz. Oh mein Gott. 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 So, noch aber die letzten Räume jetzt noch. So, noch die letzten Räume. So, hier sind schon noch ein paar Rollen. So, noch die Räume. 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 Oh, 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 oh. Oh! Oh hier ist einer. Sack! Oh, der Bass. Der Bass ist, genau. Geheimballschiff. Ja. Oh. Oh, toll. Den haben wir ja schon 않았 gemacht. Der macht er ja. Super Geheimraum. Könnte der denn sein? Da oben. Nö. Da oben. Ja, da ist er. Jo, das war's, ne? Das war's leider. Was soll ich machen? Wir haben kein einziger Angel-Deal. Und meine einzige Erklärung ist... Das Pentagramm. Was soll's sonst sein? Ansonsten waren alles ganz normale Items. Keine Ahnung. Bye-bye.